In Europa gibt's ein langer Jahr, ja, in Europa ist es ja, bekannt, bekannt sogar. Der letzte Diktator, ja, ist dort zu Hause, ja. Der letzte Diktator, ja, von Europa ist zu Hause dort. Da frage ich nicht, wo macht er denn? Sollt er nicht zu Hause bleiben, ja? Einen Diktator brauchen wir in Europa gar nicht, ja. Was fangen wir mit einem Diktator in Europa an? Der sollte lieber zu Hause bleiben, dann sollte zu Hause machen, was er will, ja. Einen Präsidenten, ja, der große Diktator ist auch, ja. Dann brauchen wir auch nicht, ja, nicht in Europa, ja. Europa soll doch frei sein, ja, und nicht vor einem Mann regiert wird, ja. Der macht, was er will, doch, ja, und die anderen haben zu schweigen, ja. So was brauchen wir auch nicht, nein, nein, so was brauchen wir auch nicht. Er soll zu Hause bleiben, ja, und bei seinen Kühen, ja. Oder bei seinem Hund auch, ja, dort kann er sich ausdoben, ja. Aber wenn Präsident, der so ein Amt ausübt, dann brauchen wir auch nicht. Nein, danke, 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 ja, wir brauchen kein Diktator, ja. So was brauchen wir nicht mehr, so was ist schon lange her.